Hallihallo Leute, jetzt willkommen zu einem neuen Video und heute nochmal wieder Roblox, ne natürlich war Fanda das ist so ein Hardcore-Witz, ich kack mich gerade ein und schaut mal Leute was ich mir gegönnt habe vor vier, fünf Tagen der ist gerade bei dieses Update, dieses ganz ganz geile Update was bei mir eine Woche geladen hat da ist auch ein neues Flugzeug natürlich gekommen und das habe ich mir direkt geholt der wunderschöne da kommen Wasserflugzeug, ist es auf jeden Fall es hat unglaubliche drei Motoren ich habe es mir einfach nur geholt, weil es es hat einfach nur drei Motoren, das ist krass ist lustig immer wenn ich mit denen unter Beschuss bin fangt entweder der linke oder rechte Seite an zu fackeln dann verlieh ich also der halbe Flügel dann brennt auf einmal der mittlere und dann bin ich eh tot wir haben genug gelaber, wir starten mit dem Panda D wo ist denn der oder Panagie oder ein Tier 2 Panagie Panagie das ist schon in Ordnung wir haben genug gelaber, wir sind gleich runter, also bis gleich ne gut, da bin ich wieder, die Map heißt Dschungel ich kann mich wieder besser hören, ich glaube beim Update warum ist das so laut beim Update wurde ich das glaube ich wieder soll ich sagen zurückgestellt, Bewaffnung ach, das passt schon so jetzt soll es passen gut, wir sind da, die Dschungel, ne es gibt Art zu erobern und wenn wir uns ehrlich sind die Map Dschungel ist schon irgendwie Ehre weil man kennt hier halt kann ja auch, man kennt die Blitze, wo du geil äh, welche Leute umbringen kannst voll geil, ne Mors geil äh, falls meine Stimme ein bisschen abkacken sollte, das liegt da nicht gut verkühlt und er sieht da ab und zu mal ein paar Fehlzüge da, ne, und da fall' ordentlich reinschalten aber, da drüben haupten mittelschwerer Panzer aber auch, haben wir eingenommen, das ist das Nassbauer fast ausgestorben, in den Maßen gibt es ganz, ganz selten das ganze, ganz selten Varianten das sind das finden auch, das kann mich doch umbringen wieder, das sind diese komischen das war aber auch da habe ich aber Glück komm, 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 einfach weil ich grad Bock hab huiii hehehe 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 ah ne das ist ja wirklich nie scheiß, jetzt kommen wir dann nicht hoch, ne komm, Tiger, Tiger 1 komm, bitte, gib Gas ich helf dem Tiger 1, der ist schon älterer her muss auch ein bisschen geholfen werden komm Mann, na, das schaffst du dir gut Panzer 4 ha 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 wo, 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 ein Panzer 4 ist das hat keine Hardcore Panzer kritisch aber war doch richtig ein in die Fritte der kann nicht fahren geil la, la, den Schuss Fieser Störer ja, wo hab die er drüben muss aufpassen, wenn ich von hinten gefickt bin ziel zerstört aber geil genau ich hab keine Ahnung, was du gesagt hast, aber genau so läuft das hier ab auch ein feindlicher Panergie das einzige, was ich beim Panergie abfuckte, finde, ist dieser Racing Rückwärtsgang, der wirklich eine Geschwindigkeit hat, und unglaublich, unglaublich, unglaublich 4 km, 3 km h sogar noch besser weil die langsamer, der so geiler kann man Rückzug außer die französischen Panzer, die haben 5 Rückwärtsgegen und 1 vor, äh ja, 1 vorwärtsgegen ein Tiger E ein Panda E warum reimt sich das noch ein Tiger E Schuss zielzerstört ich, ich fick die so oh das war's, das war's, das war's da seh ich jetzt schon aber wir haben 3 Leute getötet das ist auch mega geil du wurdest zerstört vom Panda wo ist denn der da? der war der war relativ weit weg ich dachte, das war der der Panda D der Panda D oder D ich glaub, weiß gar nicht mehr, was du wüsstest du noch war uuuuuh Panda D einer der Panda D ein bisschen das das Fahrzeug verfügt noch über 55 freie Munitionsbezahl das ist mir egal ich hab gesagt ab in die Schlacht glaubst auch ich klatsche da bis zur maximalen Munition rein man braucht die gar nicht am Ende explodierst du weil irgendein Kackspieler die Munition so gestreift hat das sind oh 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 ja nebelköpfe für den abgefuckten Nebel da ich bin ein bisschen 1. September ok, das sollte man nicht so tun das ist ein bisschen der Akkumor war nur so boah das ging dann auch wieder rein wie das Investor ich glaub der ist kaputt gut gut leicht leichte leichte selbst verlaufen schwerer schwerer eeeeh 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 oh oh deutschland gesund und munter gut KV 85 kann man ich glaub nicht so hardcore auch ein Panda, die da drüben wir haben Artillerie Artillerie genau wenn ich eigentlich genau drüben hockt ein schwerer Panzer, wie man für Kader angezeigt das ist nicht entzündet die 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 anderes musste andere geschichte die 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 schwer umzubringen aber Munition haben die beiden eher schlauer gewesen bisschen im Turmlager irgendwann ist hier ganz nah hier hinter den der Profi das war aber war Artillerie der Fahrrad schnappt die eigene Art Artillerie das ist eh nur ein IESA 1 ich glaube das geht ja eh durch wie guter irgendwie gewinnen ja geil ich guck die IESA 1 noch ein Treffer du schaffst das du schaffst das ich glaube nicht ich glaube nicht nein das ist eh so scheiße dass ich jetzt verreckt ne Ebelköpfe die Regeln hat oh moin hier kann ich nichts mehr tun Abfahr wieso sechster Platz vier zerstört zwei Abschlusshilfen einmal verrückt ich war bei dir so stolz der Panda die hat überlebt wir waren unter schwerem geschuss wir waren unter schwerem geschuss da lagen dann 20 bomben aber weil wir den ausgebildeten Hans haben als Fahrer die hatten natürlich sofort reagieren man muss halt ab und zu ein bisschen anschreien aber im Matheunterricht bei mir ist das genauso das ist ein bisschen gewonnen das hat ein bisschen gewonnen ha geil jetzt habe ich ganz ganz viel Geld wie viel habe ich denn jetzt eigentlich uff 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 und diese Fahrzeug mit der Werbung zu können muss er den vor 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 angehe vorrang Modell Panzer 4 70 Euro um warum es gibt es kann ich nicht erforschen ich habe zwei aus nie ist das hat nie ich muss ich muss den kaufen und den zu kaufen das ist ich bin ich bin aber ich bin für das nicht ich bin ich bin bla 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 die kosten so genau und hier vorstürzte partner der panda ist es genauso hat der panda g der war eine 60 br einstufung jetzt ist er genau gleich wie der panda d jetzt erforsche ich den panda f die panda f wieder welche scheiße in panda f und jetzt eine 600 das ist dann die stärkste panne den ich dann habe krasse kanone auf jeden fall eine 50 km maximal geschwindigkeit 930 ps geil preis 200 schnippchen jeder passen erforschen wir nicht sehr hardcore das gut wir haben eigentlich die pan die ganze panda familie außerdem panda a panda g panda d panda f vielleicht kommt noch der panda dazu aber ich denke mal nicht gut das war wieder vor das war eine wirklich geile Runde muss ich ehrlich sagen und es ist bis zum nächsten Mal